Ja, Diana, du bist die Läuferin von uns beiden. Ja, Teneriffa ist sehr sportlich. Wir haben da schon ein Video zu gemacht, dafür verlinken wir. Aber jetzt speziell zum Thema Laufen, Running, Jogging, wie man immer das sagen will. Wie sind deine Erfahrungen? Was kann man hier machen? Also hier gibt es quasi alle Möglichkeiten. Man muss natürlich klein anfangen, aber am Tede. Es wird nicht nur Rad gefahren, sondern auch gelaufen. Es gibt verschiedene Sportveranstaltungen, die muss man sich einfach, entweder hängen sie aus in den entsprechenden Geschäften oder man kann sie sich sogar googeln. Da können wir einen Link geben. Und überall auf den Kanaren fänden Profiveranstaltungen statt, aber auch für Leute, die ambitioniert laufen. Und ja, das Wetter ist bestens. Das ganze Jahr lang und auch jedermann Veranstaltungen. Also das macht Sinn. Sicherlich muss man sich ausgucken, weil wir natürlich...